Lieber Kunde, nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie Sie unsere Mäusekunststoffbox richtig beködern. Die mitgelieferten Handschuhe werden vor der Beköderung angezogen. Mit einer halben Umdrehung des Schlüssels lässt sich die Mäusekunststoffbox leicht öffnen. Bitte beachten Sie, dass Sie den Köder in den bereits vorgefertigten Ecken einsetzen. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Köder nur gemäß den Herstellerangaben verwendet werden dürfen. Schließen Sie dann die Mäusekunststoffbox und stellen Sie kurz sicher, dass diese fest verschlossen ist. Sie haben anschließend die Möglichkeit, die Mäusekunststoffbox mit den Löchern zur Wand waftrecht oder hochkant aufzustellen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Kinder in Haustiere stets fernzuhalten sind, die Stationen weder verstellt oder entfernt werden dürfen. Wir bedanken uns nun für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Mäusebekämpfung. Wir mercen die Mäusekunststoffbox, Lan перемuffeln. Vielen Dank.